Einfaches kleines Blumengesteck mit einer Kerze und drei unterschiedlichen Blumen für viele Anlässe geeignet und wie ihr das machen könnt, zeige ich euch jetzt. Ich verwende die Steckschale und zwar von Oasis Junior in Weiß heißt die, klar sie ist weiß und der Vorteil ist man kann diesen Steckschaum auch so nachkaufen oder man kann sich natürlich den Steckschaum auch zurechtschneiden aus dem Viereck und kann die Steckschale immer wieder benutzen. Kommt im Handel, im Blumengeschäft ungefähr oder im Internet könnt ihr natürlich auch kaufen zwischen 2 Euro und 2,50 Euro. Logisch, ich verwende den Nasssteckschaum und lege die Steckmasse wieder rauf, aufs Wasser oben, sodass sie sich in Ruhe vollsaugen kann. In der Zwischenzeit bereite ich mir meinen Kerzenhalter, da gibt es unterschiedliche eben auch von der Firma Oasis schon mal vor und dekoriere mir den jetzt hier ganz einfach. Und zwar habe ich hier ein Schleifenband, passend zu meinen Blumen und dekoriere mir jetzt mein euer Band jetzt hier rum, indem ich das hier von außen ganz einfach gegenklebe, sodass das dann eben halt auch richtig schön passt und nochmal hübsch aussieht. Dann kann ich meine Steckmasse schon wieder reintun und dann ist klar, gucke ich jetzt hier, okay, wie weit geht das runter und stelle fest, dass ich jetzt hier mein Kerzenhalter, diese Plastik ein ganz kleines bisschen kurzen kann. Und eben ganz individuell anpassen kann. Ich kann jetzt meinen Kerzenhalter nehmen, kann ihn richtig schön mittig platzieren. Und nehme meine Stabkerze, also die ist ja jetzt bekannt unter Leuchterkerze, Stabkerze, Tischkerze oder was für einen Namen gibt es hier noch. Spitzkerze gibt es hier im Internet zu kaufen oder eben auch bei den Discountern oder Blumenläden. Man kann die jetzt hier super einfügen. Und die hat jetzt hier durch den Rand einen richtig schönen Halt. Ihr seht, jetzt kommt hier richtig gut schönes Wasser hoch. Und kann jetzt ganz einfach anfangen eben auch mein kleines Gesteck zu dekorieren. Und besorgt habe ich mir eine Gerbera, eine Chrysanthema, eine Orchidee, die Wanda und zwei Blatt, zwei Stiele vom Salai. Ihr seht, da sind die Stiele, sind auch manchmal nicht so schön oder Blätter, die eben, das ist eben teils so ein Naturprodukt. Das werdet ihr auch so in den Blumengeschäften zu kaufen kriegen. Die macht man dann einfach ab. Und kann sich die Salai-Blätter super zuschneiden, indem das man jetzt hier drüber schneidet. Klar schneidet man die jetzt auch entweder mit der Schere schräg an. Oder ihr könnt natürlich hier auch ein Messer nehmen und die schönen schräg anschneiden. Und geht jetzt hier gleich bei, so dass der Stiel jetzt praktisch hier unter dem Kerzenhalter verschwindet. Und so, dass das aussieht, als wenn das Blatt jetzt hier rauskommt. Geht jetzt hier auch rüber, dass ihr mehrere Blätter, also drei Blätter, so, wenn es schön ist, ist es natürlich in unterschiedlichen Größen, die so übereinander steckt. So, dass dadurch die Gestaltung also nochmal so richtig schön, ja, füllig ist. Also, und eben halt auch so natürlich aussieht. Davon mache ich mir insgesamt dreimal die Blätter so fertig. Also sprich einmal hier und einmal hier, so dass das so schön wie im ungleichsjährigen Dreieck ist. Als erstes nehme ich die Grissamthema. Da habe ich ja jetzt gleich mehrere Blüten dran und kann mir die eben gleich so vom Stiel richtig schön abschneiden. Also alle Blumen, die ihr habt, immer schräg abschneiden. Und dann, desto größer ist eben die Schnittstelle und desto besser kann die Blume das Wasser aufnehmen. Die kann ich auch wieder eben so schön staffeln. Und habe da eine Seite schon fertig. Für die nächste Seite nehme ich meine Gerbera und zwar macht das Blumengeschäft ja immer den Draht dran, dass die angedrahtet ist. Und den Draht, den lasse ich mir auch dieses Stück, dass ich den einfach hier oben, das bloß so kürze, den Draht und biege das hoch und kann die Gerbera gerade abschneiden. Und nehme jetzt einen Stiel, weil die Gerbera, die ist ja weich im Stiel. Und deshalb nehme ich jetzt hier ganz einfach einen Stiel von meinen Salai und pieke mir das Löchlein für die Gerbera vor. Und habe jetzt hier die Seite auch schon schön gestaltet. Ich kann ganz einfach meine Schale drehen. Und hier für diese Seite habe ich die Wanda. Eine Orchidee ist ja jetzt ganz edel, kommt im Blumengeschäft ungefähr zwischen 2,50 Euro und 3 Euro. Und ist ja jetzt gleich in diesem Blumenröhrchen drin. Und kann die im Blumenröhrchen gleich nehmen und schön reinstecken. Und habe jetzt eigentlich ruckzuck mein Gesteck schon fertig. Und was ihr jetzt natürlich auch machen könnt, ihr könnt noch einmal diese Schleifenband entnehmen und auch in euer Gesteck eine Schleife reinmachen. Indem ihr ganz einfach beikommt, ihr Schleifenband so nehmt. Und jetzt solche kleinen Schlaufen legt, dass ihr die hier unten immer zusammengereift. Schön finde ich immer 5 Schlaufen. Klappe jetzt die Enden auch hoch und nehme mal ein Draht. Und zwar nehme ich jetzt hier den grünen lackierten Draht und wickele ihn zweimal so rum. Und dann biege das Ende nach unten und wickele ihn noch mal rum. Und kann mein Draht knallfen. Und mein Schleifenband auch noch kürzen. Und habe jetzt noch richtig schöne kleine Schleife. Das ist jetzt schön, wenn ihr Schleifen habt, die jetzt zum Beispiel zu eurer Servietten passen. Oder wenn es jetzt die Hochzeit für eine Hochzeit ist, wo ihr jetzt mehrere solche Gestecke macht und die in Reihe stellt. Zum Beispiel, dass man da einen Stoff und mit Farben noch mal so richtig kombinieren und spielen kann. Und kann richtig gut diese Hafte jetzt hier reinstecken. Und hat noch mal was Verspieltes. Das ist jetzt so ein Gesteck, was eben mit einer Kerze was ganz ganz einfach selber zu machen ist. Wo die Kerze jetzt natürlich auch richtig schön auswechselbar ist. Wo man gleich beikommen kann. Und kann sich jetzt zum Beispiel Tafelkerzen in so einer Packung gibt es, die für 25 Stück bestellen. Und ja, es ist ein ideales kleines Gesteck für Feste. Der Muttertag steht ja jetzt gerade an. Und natürlich eben als Muttertagsgeschenk. Das ist natürlich auch eine richtig schöne Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Däumchen hoch. Oder über Fragen oder oder in den Kommentaren freue ich mich natürlich immer sehr. Und beantworte die euch auch natürlich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und beim selber mal auszuprobieren.